ARD Text im Auftrag von Funk Es war heute Hammer, obwohl es geregnet hat, wir hatten heute Street Soccer, da waren ganz viele Jugendliche dabei, dann Kisten stapeln, da war der Rekord bei 19 Kisten von einem 11-jährigen Mädchen und morgen sind wir wieder da mit Basketball und der World Challenge, das heißt 5 Millionen Menschen weltweit werfen Körbe und wir werden eine Live-Shardung mit Paris morgen machen und da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, ich bin Stefan, ich arbeite am Institut für Erlebnispädagogik an der CVM Hochschule und wir waren heute den ganzen Tag auf dem Königsplatz mit der Aktion CVM bewegt und haben dort Kisten stapeln gemacht. Wir haben eigentlich durchgehend Leute gehabt, trotz schlechtem Wetter, wir haben die sich nicht beirren lassen, hier die Kisten zu stapeln und zu klettern. Wir haben sogar einen Rekord für heute, 19 Kisten. Uns hat es viel Spaß gemacht, ich denke den Leuten auch und wir sind morgen wieder da. Bis zum nächsten Mal.